Wenn man seinen Lehrer im Baumarkt trifft. Mama, glaubst du, wir finden hier überhaupt die passenden Schrauben? Ja, natürlich. Wir sind hier im Obi. Hier gibt's alles. Scheiße, Mann, da ist Herr Keck. Hoffentlich sieht er mich nicht. Oh mein Gott, nein. Nein. Oh, hallo, Levin. Hallo. Hallo, Frau Ray. Sind Sie gut aus Bali zurückgekommen? Was meinen Sie? Ja, Sie waren doch die letzten drei Monate auf Geschäftsreise, weswegen Sie die ganzen Fehlstunden nicht entschuldigen konnten. Ja, die war gut. Levin, warum eigentlich so ruhig? So kenn ich dich gar nicht. Normalerweise musst du doch immer den Clown spielen. Was? Was machst du denn eigentlich hier im Obi? Kaufst du eine neue Scheibe für die Kantine, wo du letztens mit dem Fußball die Scheibe eingeschossen hast? Okay, jetzt reicht's. Warte, Mama, ich kann das erklären. Bleib sofort stehen.